Und seit ich mich lösen konnte, kann ich mir den Alltag sagen, ich erzähle jetzt einfach nur noch die Wahrheit und fertig, Schluss. Manchmal bin ich direkt, heute habe ich wieder zwei getroffen, der einen habe ich sehr gut gekannt und der einen überhaupt nicht. Und ich war ihr schon viel zu direkt. Weil ich bin halt heute, ich habe eigentlich kein Tabuthema mehr, weil ich in drei Tabuthema lebe schon selber. Und dann ist es so viel präventiv. Wieso soll ich das jetzt nicht weitergeben, das Wissen? Es kann ja jeder machen, was er will mit dem, aber ich kann es ja mal anhören. Was die 20% in der Schweiz haben, was die anderen 80%... Weil heute, wenn du nicht zu den 80% gehörst, bist du einfach, ich habe vorhin gesagt, fort am Fenster.